Willkommen zurück bei einem weiteren Tutorial zu Crusader Kings 3. Diesmal geht es um 5 Tipps und Tricks, die ihr unbedingt wissen sollt, bevor ihr dieses Spiel eigentlich überhaupt anpackt. Denn die erleichtern euch ungemein mächtig in diesem Spiel zu werden oder auch einfach einfach Dinge zu umgehen, damit ihr wirklich euer volles Potenzial entfalten könnt. Solltet ihr neu sein, willkommen. Guckt einfach auf dem Kanal nach unten in der Playliste. Da findet ihr alle Tutorials zu Crusader Kings 3 und zu allen anderen möglichen Strategiespielen. Oder kommt bei Twitch vorbei, OmniLP und quetscht mich gerne aus. Aber springen wir direkt mal rein. Als ersten Tipp schauen wir uns einen ganz, ganz wichtigen Tipp an. Gerade auch, wenn ihr das Spiel neu startet oder auch später, wenn ihr eure Vorteile maximieren wollt. Zwar starten wir einfach mal mit Monster rein, hier mitten in Irland und haben folgenden Rat. Denn wir werden ja immer als erstes Mal auf den Rat schauen und werden dann sehen, ha, unsere Ratswerte, naja, sind jetzt nicht die besten. Aber wenn wir sagen wollen, naja, unsere Ratsvorwalter gerade, wir brauchen mehr Gold. Wir müssen mal schauen, dass wir das irgendwie verbessern. Den bräuchten wir mehr als nur durchschnittlich. Wir bräuchten dafür eher mit 17, 18, 19. Dann haben wir einen ganz, ganz coolen Trick, den man sehr gut benutzen kann. Dieser Trick wird immer besser, je größer euer Reich ist oder je mehr symptomatische Reichweite, je mehr Einfluss ihr habt. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Am Anfang habt ihr die recht limitierten Optionen, die euch aber trotzdem einzelne Stellen, wie jetzt zum Beispiel den Ratsvorwalter, buffen lassen. Und zwar geht ihr dann auf euren Herrscher, geht unten auf Höflinge, wählt diesen Filter hier aus, also diese Lupe, geht auf Heiratstatus Unverheiratet und Geschlecht Weiblich. Dann findet ihr hier alle Aufgelistungen, die von euch oder in eurem Hof vorhanden sind, die weiblich sind und unverheiratet sind. Warum ist das so hilfreich? Ja, jetzt gehen wir auf zum Beispiel unsere Tante. Die ist zwar schon 77 Jahre alt, das ist aber nicht schlimm. Wichtig ist, ihr geht auf Ehepartner finden und dann auf Matrilinear. Das heißt nämlich, die Frau heiratet jetzt so, dass der Mann zu uns in den Hof kommt. Und jetzt schauen wir uns an, okay, was wollen wir haben? Wir könnten uns jetzt hier umschauen, zum Beispiel könnten wir einen saftigen Upgrade für unseren Ratsmarschal haben. Wir kriegen aber auch ein recht gutes Upgrade für unseren Ratsverwalter. Der ist auch 36, würde diese 77-jährige Dame heiraten. Viel Spaß dabei und würde uns dann ein Upgrade von 5 Verwaltung bringen. Das könnten wir einfach so machen. Was die an Prestige verliert, ist uns komplett egal. Wir würden einfach einen Vorschlag abschicken und hätten damit einen besseren Ratsverwalter. Weil wir auch gleich in den Krieg ziehen würden, würden wir hier noch unsere Caten anklicken, würden auch wieder auf Ehepartner finden drücken. Matrilinear. Ein Punkt, der ganz wichtig ist, den seht ihr hier. Nehmt nicht die Leute, die an eurem Hof schon sind. Das bringt nämlich gar nichts, da kriegt ihr keine Werte dazu. Dann klicken wir hier wieder auf Kriegsführung und sehen, der Barfind 32 hat einen Kriegsführung von 20, während unser Ratsmarschall einen Kriegsführung von 13 hat. Klicken wir also drauf, Matrilinear wichtig angeklickt und nehmen das Ganze an. Dann müsst ihr nur noch ein paar Sekunden warten und schon flötern hier die ganzen Zustimmungen ein. Wunderschön. Und nochmal die Zustimmungen. Und schon könnt ihr hier hingehen und einmal den Ratsmarschall ersetzen. Ihr seht, jetzt ist unser 20er Ratsmarschall angekommen. Wir können unseren recht schlechten mit 13 ersetzen und haben unseren ganzen Rat einmal ganz dick upgradeet. Was sehr schön ist. Genauso können wir das mit der Verwaltung machen. Ihr seht es hier oben. 17 Verwaltungen zuweisen und schon können wir deutlich mehr Geld kriegen. Denn je höher der Wert eures Ratsverwalters, desto höher sind die Domänen Steuern oder mehr die Ausgebote, die man da rausholen kann. Oder der Prestige beim Ratskanzler und so weiter und so fort. Auch beim Ratskanzler wäre es angebracht, einen besseren zu holen. 15 ist aber zumindest gut. Dadurch hätte man am Anfang schon mal einen Durchschnitt. Und wie gesagt, je größer euer Hof wird, desto mehr Personen habt ihr natürlich hier. Ihr könnt aber natürlich auch eure eigenen Kinder verheiraten, wenn ihr jetzt sagt, ihr braucht kein Bündnis mehr. Oder von euren Geschwistern irgendetwas verheiraten. So alles, damit ihr irgendwie in irgendeiner Form euren Rat upgraden könnt. Ist essentiell und sehr wichtig, gerade wenn man später sehr schnell Kulturen fördern will, Kulturakzeptanz fördern will, Entwicklung fördern will. Oder vielleicht einfach nur den Ratskanzler Diplomatie oder eben ganz viel Starkkraft durch den Ratsmarschall bekommen will. Oder natürlich, wenn man spielt einen Ratsspitzel, dann sollte man auch einen haben, der über 20 hat, sodass eure Rekordplotte auch wirklich gelingen. Der nächste Tipp ist auch wieder etwas, was euer Reich verbessern soll in dem wirtschaftlichen Bereich. Dieser Tipp ist eigentlich auch relativ easy. Den kennen wahrscheinlich schon einige von euch, wie den aber auf jeden Fall gesagt haben. Weil essentiell ist. Egal, was ihr mit eurem Charakter vorhabt. Ich habe euch ja zum Beispiel in den verschiedenen Tutorials, wenn ihr nicht geguckt habt, schaut mal rein. Immer gesagt, ja, Bildung ist sehr wichtig, wenn ihr eure Entwicklung höher machen wollt. Klar, Kriegsführung ist sehr wichtig, damit ihr halt mehr Damage machen könnt, eure Ritter zum Beispiel buffen könnt, mehr Ritter haben könnt und so weiter und so fort. Habt ihr Bock, ein Komplotte durchzuführen? Wäre es Ränkespiel. Aber ihr sollt immer, egal was ihr tut, immer auf jeden Fall zwei Trades mitnehmen und zwar von Verwaltung. Diese zwei Trades und vor allem der eine von den zwei Trades ist absolut essentiell. Und zwar sind das einfach die ersten zwei, die ihr auswählen könnt, goldene Pflichten. Da könnt ihr für jedes einziges Druckmittel, was ihr bekommt, immer Geld abziehen, also Geld bekommen. Ich erkläre euch gleich noch in dem Tipp zusammenhängend, wie ihr denn wirklich auch an diese Druckmittel kommt, weil sonst bringt euch das Ganze ja nichts. Und das Zweite ist das Wichtigste und das Einfachste. Es ist meine Domäne. Und zwar könnt ihr Untertanen Erpressung nutzen. Wenn ihr ein Herzog seid mit zwei Grafschaften, würde es sich sogar tatsächlich ohne Witz lohnen, diese ersten zwei Grafschaften aufzuteilen, dass ihr eine Grafschaft an irgendjemanden abgibt, an irgendeinen Vasal, ob es jetzt ein Kind ist oder sonst was, ist komplett egal, damit ihr diese Entscheidung Untertanen Erpressung auch immer nutzen könnt. Denn nur dann klappt das auch wirklich. Und gerade wenn ihr schwach seid, habt ihr gar keine Konsequenzen. Eure Vasallen werden natürlich nicht besonders glücklich, aber ihr kriegt immer eine gute Summe an Geld, die tatsächlich später auch auf 750 oder mehr hinausgehen kann. Ja, Untertanen Erpressung ist dann relativ einfach geregelt. Ihr geht einfach hier auf F8 oder Entscheidungen, könnt dann hier runter scrollen und findet irgendwo Untertanen Erpressung. Das seht ihr schon. Untertanen Erpressung, gerade können wir es auch benutzen. Ihr geht auch Benachrichtigung aktivieren, wenn das eben verfügbar ist. Ganz wichtig, damit ihr es auch mal wieder pünktlich macht, denn eure Vasallen freuen sich sehr, euch Geld zu geben. Und dann, na, wo sind denn meine treuen Untertanen? Könnt ihr einfach direkt diese Fähigkeit nutzen. Und ihr seht, betrachtet es als eine kleine zusätzliche Prüfung eurer Loyalität. Und 750 Gold und sogar noch 10 Schrecken. Gut, wir kriegen eine Meinung von einer Person weniger, aber ganz ehrlich, wen interessiert. 10 Schrecken hilft euch sogar noch, eure Vasallen zu kontrollieren, wenn ihr Schrecken hoch habt. Und ihr kriegt verflucht nochmal 750 Gold, was natürlich jetzt für uns nicht mehr besonders viel ist. Aber wenn ihr noch in einer schwachen Lage seid, gerade erst Kaiser seid oder sowas, einfach ein geniales Spritzeser ist, um eure Gebäude aufzubauen und damit eure Macht zu vergrößern. Wie gesagt, bei den goldenen Pflichten ist das etwas schwieriger, aber auch nicht total überwältigend. Und zwar geht ihr einfach in euren Rad und findet euren Rad Spitzel. Den solltet ihr natürlich möglichst super haben. Der sollte der Beste sein, der überhaupt möglich ist. Ist für unsere Sache aber jetzt nützlich genug. Ihr geht hier auf Geheimnisse aufspüren. Das wird am Anfang, kann ich schon mal sagen, wesentlich weniger sein. Sehr viel Micromanagement, weil ihr den Typen immer wieder umsetzen müsst. Aber ihr könnt mit Geheimnisse aufspüren, irgendwo hier auf die Karte klicken. Ihr seht schon, ja, fast auf der ganzen Welt. Ihr solltet aber dahin gehen, wo ihr auch wirklich Kommunikation aufnehmen könnt und wo ihr auch euer Geld abcashen könnt. Dann könnt ihr zum Beispiel in eure Hauptstadt gehen oder in eure anderen Städte. Und dann werden hier alle Geheimnisse in diesem Gebiet aufgedröselt und aufgezeigt. Das kann sogar sein, weil ich hier so ein recht großes Reich hier habe. Könnt ihr auf dem Zweikanal angucken, wie das entstanden ist, dass wir tatsächlich das ganze Reich hier ausspionieren und ganz viel Geheimnis holen. Und wenn wir dann diese Geheimnisse haben, gehen wir hier auf Ränkespiel F6 und oben Druckmittel und Geheimnisse. Und wenn wir dann ein bisschen die Zeit voranlaufen lassen, werden sich hier Geheimnisse sammeln. Und die könnt ihr erpressen für Druckmittel. Und diese Druckmittel dann wiederum kaufen oder verkaufen, indem ihr hier auf Zahlungen verlangen. Ihr könnt Zahlungen verlangen geht und eure verschiedenen Vasallen auspresst. Je höher der Rang des Vasalls oder des Spielers, des Charakters, wie auch immer, desto höher wird der Preis sein. Zum Beispiel dieser Graf oder dieser Herzog hier würde uns tatsächlich 85 Gold geben. Und dann haben wir einfach das Geld weggenommen. Wenn ihr das mal 10, 20 Mal gemacht habt und das in einem Leben vielleicht sogar noch mehr, dann habt ihr auch ordentlich Geld zusammen. Das wird am Anfang natürlich wieder weniger sein, weil ihr halt nicht so schnell Grafen oder Herzöge erpressen könnt. Aber ihr könnt auch am Anfang gerade mit so ein paar hundert Gold sehr viel erreichen. Und das ist so sehr möglich, wenn ihr diese goldenen Pflichten benutzt. Ich habe einfach mal die Zeit weiter gedreht, um zu zeigen, wie das Ganze aussieht mit den Erpressen. Wie gesagt, unter Ränkespiel, Druckmittel und Geheimnisse. Und dann seht ihr zum Beispiel hier dieser kleine Mann, der ist ungläubig. Und ihr könnt hier auf Erpressen drücken und ihr seht eine Prozentchance. Manchmal ist es höher, manchmal niedriger. Das kommt ganz auf an, wie die ich möge, wie viele Schrecken ihr verbreitet und so weiter. Erfahrungsgemäß kriegt ihr aber schon mehr als 70 Prozent wirklich auch erpresst. Rügt auf Erpressen, lasst die Zeit ein bisschen weiter gehen. Und ihr seht, ihr habt ein Druckmittel gegen Karaktama bekommen. Das kann natürlich sein, dass es jetzt einfach irgendjemand ganz total Belangloses ist. Das heißt, da kriegen wir nur 15 Gold, wie man hier sehen kann. Trotzdem 15 Gold sind 15 Gold gerade am Anfang sehr stark. Und auch noch, wenn ihr so eine richtige Welle an Gebäuden bauen müsst, ist das extrem wichtig. Und das kriegt man halt nicht kommuniziert, dass man so sehr viel Geld holen kann. Das ist ein Ding neben Plünderungen und ihr seid halt als Vodala-Kladen-Herrscher nicht in der Lage zu plündern, wo ihr wirklich viel Geld bekommen könnt. Gehen wir mal zu einem Punkt, der sehr gut für euren Charakter ist. Nicht nur für euer Reich an sich. Sondern wenn ihr euren Charakter massiv viele Vorteile geben wollt, damit ihr wirklich solche Bäume hier ausfüllen könnt, auch wenn ihr nicht ganz so alt werdet, dann gibt es eine nette Geschichte, die man angehen kann. Und zwar Hexe werden. Hexe ist erstmal ganz wichtig. Ein negativer Trade natürlich bei den christlichen und den muslimischen Religionen. Das heißt, wir haben da ein paar Schritte zu erfüllen. An sich gibt Hexe aber schon mal ein Ränkenspiel und Bildung dazu. Und natürlich die Meinung über andere Hexen wird auch erhöht. Wenn ihr die Hexe also nachher verbreitet habt, ist das auch eine sehr coole Sache. Ihr müsst dafür erstmal in eure Religion hineingehen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die nordische Religion oder diese Religion im Sibirien habt, dann ist das tatsächlich immer eine Tugend. Aber sonst müsst ihr hier unten in einer neuen Religion die Hexerei als tugendhaft oder zumindest akzeptiert eingeben, damit ihr wirklich auch davon profitieren könnt. Sonst ist es halt ein Verbrechen und deswegen werden sich nicht viele Hexen bei euch einfinden. Akzeptiert würde es schon reichen. Wie gesagt, tugendhaft gibt es sogar noch Frömmigkeit im Monat und noch mehr Meinung. Von daher ist das natürlich, dass es besser kostet, aber auch deutlich mehr, um es eben hinzuzufügen, wenn ihr es nicht schon drin haben solltet. Warum ihr aber eine Hexe werden wollt, ist nicht einfach nur, um ein bisschen mal Ränkespiel, Bildung zu bekommen oder vielleicht auch mal Frömmigkeit pro Monat, sondern ihr wollt dieses Ereignis hier haben. Da geht ihr hier unten auf Aktivitäten, ihr kennt das wie bei der Jagd, die ihr wahrscheinlich nach meinem Tutorial tausendmal schon gemacht habt und könnt hier unten einen großen Ritus auswählen. Dieser große Ritus ist recht teuer, je größer man wird, aber er ermöglicht einen, konstant Bildungswandelfähigkeiten zu bekommen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Bildungswandel, je nachdem wer da mitmacht als Hexe, für Diplomatie bekommen, wie ich jetzt zum Beispiel das einmal hier bei Verwaltung bekommen habe, könnt ihr es auch für Diplomatie bekommen, Kriegsführung, Ränkespiel und Bildung. Je nachdem, wer da eben mit euch bei ist. Generell ist es aber sehr hilfreich, weil ihr dadurch natürlich immer mehr Trades bekommt, die ihr normalerweise nicht bekommen würdet. Um das aber zu erreichen, reicht es nicht einfach nur ein Hexe zu sein. Da kann man schon auch einzelnen Aktivitäten, also einzelnen großen Riten mit beiwohnen, das geht schon. Aber wenn ihr eigene große Riten ausführen wollt, müsst ihr einen Hexenzirkel bilden. Und den solltet ihr möglichst früh gebildet haben. Den kriegt ihr hier oben in wichtiger Entscheidung, dann steht da Hexenzirkel. Hier müssen 60% aller Erwachsenen-Dynastie-Mitglieder müssen Hexe sein. Ihr könnt Hexen erschaffen, in Anführungszeichen. Wenn ihr selber schon eine Hexe seid, indem ihr zwischen eine Hexe eingeladen habt oder bestimmte Events gekommen sind, wo ihr euch als Hexe outen könnt, dann könnt ihr hier einfach auf eure Charaktere drücken, Rechtsklick, unten bei Persönlich zwei weitere und könnt dann hier, nehmen wir es mal hier mit vier weiteren, zur Hexerei bekehren als Komplott ansetzen. Das müsst ihr auch immer machen, um diesen Hexenzirkel aufrecht zu halten. Das heißt, ihr macht so einen Komplott, der klappt meistens, es gibt Charaktere, die wollen das nicht. Am meisten gibt es halt tatsächlich Charaktere oder meistens gibt es einen Erfolg. Und diesen Erfolg könnt ihr dann mitnehmen, um eben weitere Hexen zu rekrutieren. Habt ihr, wie gesagt, die 60% als Hexe drin und euer Erbe ist auch eine Hexe, ganz wichtig. Wenn das nicht klappt, dann habt ihr Pech gehabt. Könnt ihr hier einen Hexenzirkel bilden, wodurch ihr dann tatsächlich als Dynastie hier, wenn ihr einmal reinschaut, oben auch den Hexenzirkel Hausmodifikator kriegt. Das heißt, ihr werdet fruchtbarer, ihr habt mehr Komplottstärke und Widerstand und sogar noch einen kleinen Bonus für Krankheitswiderstand. Was schon mal an sich sehr cool ist. Und dann könnt ihr auch eben diese großen Riten durchführen. Ist extrem stark, es gibt aber ein einziges Kaviat, denn ihr müsst konstant wirklich die Leute bekehren. Wenn ihr nicht genug Mitglieder habt, wird diese große Ritus einfach in sich nichts verlaufen. Ihr habt null Gäste und dadurch könnt ihr auch keine Vorteile erringen. Ihr müsst also schauen, dass ihr wirklich alle eure Kinder, alle eure Dynastiemitglieder hier über den Dynastiebaum einfach konstant bekehrt. Immer wieder bekehren, 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 sodass ihr auch wirklich einen Vorteil davon habt und eben das richtig gut nutzen könnt und ständig neue Lebenswandelereignisse dazu bekommt. In meinem schlimmsten Fall habt ihr eben durch den Hexenzirkel diese Vorteile, plus halt nochmal den Buff durch die Hexe an sich. Das ist auch schon okay, aber am besten wäre eben den großen Ritus durchzuführen. Einige von euch wollten ja auch einen Tipp haben, wie man mit Kindererziehung umgehen kann. Da sind viele Variablen drin. Ich gebe aber einen maßgeblichen Tipp, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Erst einmal generell, wenn ihr einen Vormund einsetzt, solltet ihr gucken, dass das Vormund die entsprechende Fähigkeit hat, die ihr haben wollt. Aber selbst dann ist eigentlich nichts garantiert. Was ihr garantieren könnt, ist, wenn ihr selber Vormund seid von einem Kind und dieses Kind dann beeinflussen wollt. Und zwar könnt ihr, soweit das Kind, ich glaube vier Jahre alt ist, die Persönlichkeit des Mündels beeinflussen. Hat euer Herrscher also irgendeine Fähigkeit, die ihr gerne haben, weitergeben wollt, dann könnt ihr die eben mit Persönlichkeit des Mündels beeinflussen erreichen. Und wichtig dabei ist, normalerweise erreicht ja jedes Kind nur drei Fähigkeiten. Werde ich aber jetzt diese Fähigkeit hier einwenden und nehme etwas, was zu seinem Charakter passt. Weil er jetzt zum Beispiel herrisch ist, passt hinterlistig ganz gut oder eigenwillig, ruhig eher nicht. Könnt ihr jetzt tatsächlich auch ein viertes Attribut hinzugeben und ihr könnt das alle paar Jahre machen. Ihr solltet also, wenn ihr Minmaxen wollt, euer Kind ab Jahr vier konstant beobachten und immer wieder gucken, Persönlichkeit beeinflussen und euer Attribut, nehmen wir jetzt einfach mal hinterlistig zum Beispiel, weitergeben. Dann könnt ihr die Kinder tatsächlich wesentlich stärker machen, als ihr vielleicht meinen würdet. Und damit könnt ihr auch mehr Attribute schaffen. Im Großteil könnt ihr jetzt theoretisch auch tatsächlich fünf Attribute schaffen. Ich sag mal realistisch gesehen, außer ihr seid der absolute Füchse drin, werdet ihr vier Attribute haben können. Was natürlich wichtig wäre, wäre dann Attribute zu nehmen, die sehr gut sind, die euch irgendwie euer Reich besser verwalten lassen in Zukunft, weil es euer Erbe ist. Oder eben ihr habt Kinder, die ihr gerne zum Kriegsorgan schicken wollt, wie ich in einem Tutorial, könnt ihr ja unten in der Beschreibung alles finden, tatsächlich loswerden wollt. Also zum Beispiel zu Kriegeorden schicken, als Mönch absetzen, dann könnt ihr hier zum Beispiel religiöse Eiferer weitergeben. Oder in Kriegeorden zum Beispiel irgendwas, was sie im Kämpferisch macht, wie Tapfer oder sowas. Sodass ihr dann Vorteil habt, um die Kinder tatsächlich auch loszuwerden. Oder wenn ihr zum Beispiel sowas wie zufrieden, treuherzig und so weiter reingeht, könnt ihr denen auch Titel geben und die denen auch sofort wieder entziehen. Ihr habt damit also maßgeblich Einfluss auf die Erziehung der Kinder. Doch damit nicht genug des Tipps. Wir sagen einfach mal, das ist unser Familientipp. Deswegen machen wir einen kleinen Rundumschlag, weil die Tipps dann doch recht kurz sind. Eure Frau solltet ihr in eurem Rats immer so anpassen, was ihr gerade braucht. Im Normalfall bedeutet das eigentlich fast immer Domänenverwaltung, damit ihr mehr Domänenschwelle habt und mehr Gebiete direkt halten könnt. Sonst solltet ihr eure Frau zum Beispiel auf Ritterlichkeit setzen, wenn ihr gerade militärisch vorgeht und mehr Kampfkraft haben wollt persönlich. Sodass ihr auch Armeen anführen könnt, wie jetzt zum Beispiel mein Herrscher mit 26 Kriegsführungen. Sodass wir auch mehr Zähigkeit haben, mehr oder weniger Unterhalt, mehr Sicherheiten und so weiter. Und einfach auch generell ein besserer Anführer sind. Ihr könnt natürlich auch eure Ränkelspiele verbessern, wenn ihr eben darauf aus seid, gerade einen Mord zu begehen oder sonst irgendetwas. Aber beim Patronat würdet ihr die Forschung unterstützen. Im Normalfall, wie gesagt, ihr seht den Unterschied hier bei unserer Frau. Die hat Nummer 7, wenn ich einfach nur Herrscher helfen mache, dann gibt es einen Durchschnittswert von allem. Das könnt ihr hier auch immer noch schön sehen. Oder wenn ihr auf Domänenverwaltung geht, kriegt ihr halt die vollen 12. Das heißt, die Hälfte ihrer Fähigkeit dazu. Und damit haben wir 9 von 8, statt dass wir nur 9 von 6 oder 9 von 7 haben. Der letzte Tipp zu Familienmanagement ist eher ein, naja, nach außen die Familie abgeben-Management. Wir wissen ja schon, dass wir generell durch Hochzeiten, Bündnisse und so weiter schließen können. Und das sollte man eben auch nutzen, wenn man merkt, dass man sehr starke Fraktionen, wie wir hier zum Beispiel haben, vor sich hat und die irgendwie vermeiden will. Was man machen kann, ist ganz einfach, man kann sich die Person ansehen und sehen, okay, was für Kinder bieten die mir gerade, was habe ich gerade für Kinder. Ich habe zum Beispiel drei Söhne und würde mir jetzt eine Person raussuchen, die im besten Falle irgendeine junge Tochter hat, zum Beispiel hier jetzt, um diese Person aus der Fraktion herauszuholen. Das wäre hier wahrscheinlich der beste Fall, wobei die Person zum Beispiel verlobt ist, da müsst ihr natürlich immer darauf achten. Könnt aber jetzt hier einfach nur als Beispiel einmal ihn nehmen, auch wenn er eigentlich viel zu schwach ist. Aber gerade am besten ist natürlich, wenn ihr die starken Basallen aus eben diesen ganzen Geschichten herausnehmen könnt, dass ihr dann eure Kinder ja, naja, ein bisschen verkauft tatsächlich, um eben den Frieden zu halten, was eine ganz entscheidende Sache ist. Wir könnten also hier drauf gehen, heiraten, arrangieren und könnten dann unseren Sohn auswählen, zum Beispiel jetzt den einen Sohn hier. Das kostet mich zwar Prestige, aber interessiert es, damit wird diese Person aus den Fraktionen herausgehebelt, sodass ihr damit tatsächlich auch keine Probleme mehr habt. Ihr habt jetzt ein Bündnis nämlich geschlossen und dadurch kann er nicht mehr in die Fraktion hineingehen. Das könnt ihr natürlich bei jedem Basallen so durchführen. Je mehr Kinder ihr habt, desto mehr Vorteile könnt ihr da haben. Ihr könnt auch gerne damit natürlich eure Kinder irgendwie abgeben, aber die sind dann natürlich nicht mehr erbefähig oder ihr kriegt zumindest auch mehr Anspruchsteller. Von daher aufpassen, dass ihr das nicht zu wahrlos macht. Ihr solltet schon darauf achten, was hier möglich ist. Zum Beispiel nehmen wir mal den noch als Beispiel. 2000 Truppen, hat eine junge Tochter. Wir gehen auf die junge Tochter, heiraten, arrangieren und können hier einfach unseren Sohn nehmen. Und ihr seht dann, die 2000 Truppen werden hier aus dieser Freiexplosion verschwinden. Und schon haben wir die Prozente deutlich heruntergesetzt. Und als letzten Tipp nehmen wir noch einen kleinen Tipp, der jetzt tatsächlich ganz hilfreich ist, einfach um das Management zu verbessern. Nämlich, was finde ich, wo und wie kann ich es suchen? Und zwar gibt es erstmal hier oben immer rechts eine Pinnwand, die man ein- und ausblenden kann. Das Coole dabei ist, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Truppen aushebe, die werden jetzt hier irgendwo rausgesetzt, dann kann ich jetzt über diese Pinnwand sehen, wo sind meine einzelnen Truppen. Wenn ihr zum Beispiel so ein großes Reich habt und so ein Verstreutes, wie ich jetzt hier habe, das könnt ihr euch, wie gesagt, auch gerne auf dem zweiten Kanal anschauen oder Twitch, dann ist es sehr schwer auch zu wissen, wo sind meine Armeen gerade. Dann könnt ihr über diese Pinnwand immer euch direkt zu den einzelnen Armeen bewegen und immer wissen, wo die sich gerade befinden. Ähnlich könnt ihr das machen mit angepinnten Charakteren. Wenn ich zum Beispiel sage, hey, mein Erbe ist mir sehr wichtig, dass ich vielleicht an gewisse Dinge bedenke, der ist jetzt auch ein Genie, wäre es ganz gut, wenn ich hier oben auf diesen Pinn gehe. Dann wird der hier angeheftet und ich kann genau sehen, okay, wie geht es dem gerade, wo befindet er sich gerade, was ist so gerade sein Ziel, wie auch immer. Da könnt ihr verschiedenste Dinge machen, das könnt ihr natürlich auch mit Gegnern machen. Wenn jetzt gerade, glaube ich, vor allem, wenn ihr kleiner seid, sagt, okay, der König hier so und so, die Königin, die ist mir wichtig, die will ich vielleicht umbringen oder ich muss mit der ein Bündnis schließen. Oder sonst irgendwie muss ich die im Auge behalten, vielleicht, wenn die stirbt, habe ich eine Chance, irgendwie das Reich zu erobern. Dann könnt ihr die hier anpinnen und mich immer wieder über die Pinnwand anzeigen lassen. Dann habt ihr eine schöne Übersicht darüber, wie ihr verschiedenste Charaktere verfolgen könnt. Zu dem Tipp gehören natürlich auch so Dinge, die vielleicht selbstverständlich sind, aber, glaube ich, gerade für neue Dinge nochmal relevant sein können. Nämlich, ihr könnt bei eurem Charakter, wir haben ihn jetzt über die Pinnwand ausgesucht, dann können wir direkt zu ihm hinkommen und einen neuen Ehepartner suchen. Und wenn wir jetzt natürlich hier die normalen Sachen haben, dann können wir nach Bündnis gebracht und so weiter kategorisieren, das ist ja ganz nett. Aber ihr könnt natürlich über die Lupe auch alles mögliche einstellen. Auch das würde ich euch immer empfehlen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich habe jetzt hier einen Genie, dann könnt ihr Herkules hier eingeben und könnt die Sachen anpinnen. Ihr könnt da auch mehrere Sachen nehmen. Ihr könnt zum Beispiel noch wunderschön nehmen, was wahrscheinlich überhaupt nicht existieren wird. Aber, also dass beides kombiniert wird, ihr könnt mehrere Sachen kombinieren. Zum Beispiel sage ich, ich will jetzt jemanden aus der persischen Kultur noch haben, weil ich die Kultur irgendwie fördern will. Dann könntet ihr auch dahingehend kategorisieren, sodass ihr halt wirklich gut herausfiltern könnt. Ihr könnt natürlich auch alles andere einstellen. Wenn zum Beispiel will ich vielleicht nicht meine Kultur verbreiten, weil ich ja meine Entwicklung pushen will, wie ich im ersten Tutorial gezeigt habe. Dann sage ich, okay, extra bitte nicht meine Kultur und gebe das dann so ab und kriege dann auch eben da diese Personen gefiltert. Genauso könnt ihr hier unfruchtbar, fruchtbar angeben und so weiter und so fort. Sehr, sehr wichtig, dass ihr das unbedingt tut. Das ist ein ganz essentieller Punkt. Könnt ihr jetzt sogar sagen, kein Bündnis, dass ihr halt noch extra sagen könnt, ich will hier kein Bündnis oder ich habe kein Bündnis mit der Person. Damit habt ihr mehr Vorteile. Ihr könnt auch nach Ansprüchen kategorisieren, was auch nicht zu unterschätzen ist, mache ich auch sehr selten. Aber wenn ihr gerade irgendwie auf einem Königstitel ausseit und ihr wollt vielleicht einen speziellen Königstitel haben, dann könnt ihr hier nach kategorisieren. Zum Beispiel hier hätten wir einen Anspruch auf ein Aquitanien und sogar einen sehr durchgesetzten Anspruch. Das heißt, wenn die jetzt Kinder mit eurem Sohn kriegen würde, hättet ihr auch einen Anspruch auf Königreich Navarra, Königreich Aquitanien. Und das könntet ihr direkt nutzen, um dann eben Krieg zu führen, um diese Ansprüche auch tatsächlich durchzusetzen. Ist tatsächlich sogar eines der wichtigsten Sachen. Wie gesagt, nutze ich auch viel zu wenig, aber wenn ihr darauf ausseit, eure Familie zu verbreiten und Ansprüche auszutzen, dann wäre das, vor allem in Europa, glaube ich, sehr wichtig. Das wären erstmal die fünf Tipps, die man auf jeden Fall wissen sollte, bevor man das Spiel startet. Sind natürlich auch relevant für Fortgeschrittene oder Anfänger jeglicher Natur. Es gibt natürlich immer noch mehr, was man wissen kann, aber es sind so wichtigste Dinge, um euch wirklich einen großen Fortschritt zu geben, mächtig im Gebiet oder vom Charakter her zu werden, euren Rat zu pushen und so weiter. Wenn ihr sonst noch weitere Tutorials braucht, schaut einfach mal hier rein, da könnt ihr verschiedenste Tutorials zu Crusader Kings oder anderen Strategiespielen finden. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, kommt gerne mal bei Twitch vorbei, OmniLP, das würde mich sehr freuen. Bis dann.